in diesem unboxing video habe ich eigentlich wieder ein produkt ist für euch von revue club diesmal 6 wochen testen es handelt sich um die ring alarmanlage und die ring innenkamera und jetzt schauen wir mal was da drin ist hallo ihr lieben diesbegierigen ich habe wieder ein produkt ist vom revue club deshalb handelt es sich um das unboxing video weil das mit der technik dauert natürlich ein bisschen länger und jetzt schauen wir mal rein was wir da schönes drin haben und da seht ihr das schon hier handelt es sich erstens mal um diese alarmanlage kabellose sicherheit hier ist auch so eingabe für die pin so wie das ausschaut und notrufe können sie da schnell drauf drücken dann wird der alarm ausgelöst wohin genau der geht das muss man wahrscheinlich einstellen und so wie es ausschaut kann man das wieder alles über die app steuern und auch gerade sehen was dann passiert vorausgesetzt man hat eine kamera dazu und ich habe jetzt hier diese innenkamera und hier seht ihr auch hier könnt ihr nämlich mit dem handy immer live schauen was gerade zu hause los ist habe aber mitbekommen schon von anderen testern wenn sie bei der ringprodukte die videos dann speichern wollt braucht ihr aber ein abo dafür wie viel das kostet werde ich im rahmen des produkt test dann noch nachforschen hier ist in erster linie eigentlich nur das unboxing wir schauen uns jetzt mal die geräte an wie die ausschauen erste was halt ein bisschen blöd gelaufen ist wenn ich jetzt das behalten möchte am ende des tests ist halt ein bisschen schade dass halt das hier in weißes und das in schwarz wobei man schwarz wahrscheinlich besser verstecken kann als eine weiße kamera aber ich hätte mich gefreut wenn jetzt die kamera auch in weiß gewesen wäre hier sieht man ganz genau hier braucht sie dafür eine steckdose das ist jetzt bei dem haus was wir haben ein bisschen blöd weil wir sehr begrenzte steckdosenanzahl haben weil uns es ist ein fertighaus also ist das umbaumäßige auch ein bisschen schwierig wenn es jetzt mit der steckdosenleiste auch klappt dann wäre ich froh darüber allerdings sind wir halt eingeschränkt wo können wir jetzt unsere kameras hin machen ohne dass wir das netz trennen müssen da müssen wir erst mal schauen können wir das überhaupt benutzen und wo können wir das benutzen ich würde mal sagen ich stelle es dann irgendwie an die fenster man kann ja auch ins fenster anstellen und außen das aufnehmen oder nachschauen das geht auch dass man es irgendwann fensterbrett hinstellt und guckt ja was ist da draußen überhaupt los da bin jetzt gespannt wie lang ist überhaupt das kabel dafür das war's jetzt das einmal dann nehmen wir es jetzt gleich raus also mit was fangen wir an ich denke mal wir fangen jetzt mit der alarmanlage an ich muss jetzt wieder aufpassen weil ich kenne mich ja wieder ah ja ok müssen das erstmal aufmachen also wie gesagt wer meine packung wieder kriegt falls es nicht behalte ja das ist dann meine wenn ich es wieder versaubeutelt habe da steht hier unten noch mal drin die ganzen abmessungen von der basisstation die hat 1,7 x 1,7 x 3,7 das kb 10,5 x 11,2 x 1,9 cm der kontaktsensor 4 cm 5,3 und 1,4 motion detector der bewegungsmelder 6,6 x 6,6 x 3,6 und range extender 4,7 x 8,1 x 3,5 die basisstation muss angeschlossen werden die basisstation kabel und range extender 100 bis 240 volt 50 65 megahertz und der kontaktsensor und der motion detektor laufen über batterie und da finde ich wieder kontaktsensor scheiße weil das ist wieder eine knopfzelle die cr 20 32 jetzt lässt sich machen das gleich so noch mal was zu aufmachen auch ein stabiler innenkarton wir haben hier anscheinend die anleitung hier kann man das ans netzkabel anscheinend anschließen hier kann man das kabel anschließen hier unten so wie es ausschaut vielleicht geht es ja das kann man aufhängen da wir ja probleme haben mit der steckdosen würde ich das jetzt beim wlan router aufstellen da ist noch platz erst einmal und nicht unbedingt löcher bohren das ist die basisstation dann haben wir hier dieses eingabe trümmchen das kann man aufschieben und unternehmen da kann man hier dieses ansteckkabel wieder schaut fast aus wie von meinem handy das kann man übrigens auch wieder an der wand montieren einfach montieren draufschieben das schaut so aus dass das kein extra batterie braucht aber ich bin gespannt wie das funktionieren soll wie gesagt wenn man das noch nie gemacht hat weiß man es nicht so und dann sind hier die accessoires drin also sie haben das schon mal schön eingerichtet das nenne ich viel an zugehör wahnsinn aber alles schön beschriftet hier habt ihr die ok united king anstecker und hier sind die eu anstecker ok tun wir jetzt noch mal den großen raus hier das gehört wo drauf geschoben hier ist das da hier ist der anstecker für den router das netzkabel ist mit da drin da ist das kabel moment moment für das ist es nicht genau da ist der eu adapter ah ja ok hier sind die verschiedenen eu adapter also drei brauchen wir drei verschiedene dann erklärt sich das jetzt auch man schiebt einen von diesen adaptern wir setzen einfach drauf und schon haben wir unseren stecker und wenn sie dann da drauf klickt also da drauf schieben und wenn sie da drauf klickt geht es wieder runter die ok plugs schauen dann dementsprechend so aus sind auch drei drin auch zum draufschieben soll ja wieder zugehen das brauche ich nämlich jetzt nicht ok dann haben wir hier den motion detector ach der geht ganz einfach raus ok der ist da ja die kütte ist offen oh ja dann haben wir wieder ein also raus gehen tut er schon mal nicht gescheit da tun wir es runter ah schauts her da ist das ding da sind sogar zwei batterien drin finde ich jetzt ein bisschen doof weil das zieht sie jetzt hier raus und dann sind die kontakte dran aber ich habe dann mal bedenken dass die auslaufen wenn sie schon einpackt haben gut und ich habe jetzt hier festgestellt man kann dann anscheinend in die ecke rein montieren weil hier ist so ein klebestreifen mache ich jetzt auch nicht weil ich möchte es ja wieder von meiner wand runter bekommen und hier können so schön drauf drücken dass der bewegungsmelder dann kann man den range extender also es ist schon ein bisschen viel was damit geliefert wird auch hier wieder an die stecker anstecken und hier können sie wieder drauf drücken damit es funktioniert also der geht nur mit dem stecker so dann haben wir dann schon ein problem weil so viele steckdosen haben wir natürlich wieder nicht und das ist dann wieder blöd dann ein kleines schächt mit dem kontaktsensor also der schaut dann zu auf zwei teile ok das ist der mit der knopfzelle gut ist man kann es schön aufschieben und hier hat sie die zwei von tourazelle sogar drin schauts an und da einfach anziehen gut dann ist das weg aber das machen wir jetzt nicht das machen wir erst einmal fertig sein auspacken und da ist auch der gegenpart dazu den kann man auch einzeln festkleben und wenn es dann wieder löst einfach dann wieder doppelseitiges klebeband drauf dann funktioniert die sache und dann wahrscheinlich den k-pad ist das ding würde ich mal sagen verpackung ist schon mal sehr gut gelöst hat alles seinen platz und man findet alles hier ist dieses ansteckkabel was ich vorhin gesucht habe hier sind auch die schrauben noch dabei und der öffner für das k-pad pine hole tool ok da ist so ein tool ich denke mal dass das zum zurücksetzen gedacht ist und hier steckt man das rein haben wir da noch was drin ah ja beinah vergessen hier das auch der andere gegensatz wo wir unseren steck rein machen so das wäre jetzt das eine gewesen tun wir das erste mal auf seite dann packen wir unsere kamera aus mal schauen ob das irgendwo genau cool finde ich ja dass man hier bloß eine lasche hat zum ziehen dann braucht man nicht unbedingt was kaputt machen oder mit der schere herum hantieren und auch hier sieht es ja wie schön aufgeräumt das ist das kann man rausziehen so da haben wir die bedienungsanleitung drin da haben wir was haben wir da drin ein paar ah ja das ist das Achtung videoüberwachung kann man sich dann draußen hin kleben um die schon vorzuwarnen hey unser haus wird videoüberwacht oder beziehungsweise wenn sie in die wohnung reinkommen zwei weiß ich nicht datenschutzrechtlich muss man da wieder weiß ich nicht wie das dann gehandhabt wird wieder wir haben hier drin einmal zum anschrauben einmal hier für die steckdose und zwar UK und EU ich denke mal dass die kamera auch ohne den alarm funktioniert und da ist es ja ein leichtes das dann auszuprobieren und das war es eigentlich an der kamera dieses kleine mini teilchen cool he und hier was steht da drauf auf deutsch live video bewegungs aktiviert also wenn sich was bewegt dann aktiviert sie es hier kann man wieder drauf drücken wahrscheinlich zum ausschalten dann haben wir hier eine konstante stromversorgung und die videos online ansehen und speichern und hier steht es auch wieder dort mit dem Sternchen hier Sternchen steht wo haben wir denn für diese Funktion ist ein Ring Protect Abonnement erforderlich welches separat erhältlich ist man kann es aber 30 Tage Test die 30 Tage Testversion also werden wir das jetzt dann wahrscheinlich ausnutzen und dann schauen wir mal wie sich das verhält ich werde vielleicht mit dieser da anfangen aha da ist oben da kann man auch was abmontieren und da hinten wird das ganze dann angesteckt und da kann man dann irgendwo aufstellen das würde mich jetzt dann interessieren was die Kinder immer in der Nacht machen wenn wir schlafen so weiter geht es jetzt schauen wir uns einmal die Bedienungsanleitung an erst einmal von der Kamera das ist am wenigsten Arbeit da kann man sich zum Beispiel einen Plan anschauen wie das am besten funktionieren könnte wenn da unten hier Außenkamera Alarmanlage außen hier Türklingel außen also das sind hier die Sicherheitsinstruktionen was man aufpassen muss schauen wir mal da steht drin die Funkfrequenzkonformität was es erfüllt hier steht der WLAN Frequenzbereich ist von 2,4 bis 2,4 megahertz 3,41 dbm und da 2,412 bis 2472 also in dem Bereich was eigentlich der Router dann können könnte hier haben wir hier drin beginnen sie mit der Ring App sie können diese aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen erstellen sie in der App ihr Ringkonto und tippen sie anschließend auf einrichten nur wählen sie Sicherheitskameras ah ja ok und wenn man jetzt dann die Kamera hat dann muss man auf die Rückseite gehen und hinten den QR Code abscannen hier ist nochmal gezeigt werden wenn man es ansteckt hier haben wir wieder diese weiße Kamera und dachte ich deswegen auch dass ich eine weiße habe und hier kann man dann per App schauen und hier was ist das ah genau schaut da kann man jetzt zum Beispiel laut dem kann man hier unten das abschrauben da hinten und dann kann man das wenn man die Abdeckung runter macht hier hinten kann man das untere Teil auch da fest montieren so kann man das zum Beispiel hier hinstellen und beim anderen an die Wand dran schrauben zum Beispiel wer das will also scheint das alles eben mit dem Smartphone bei dem ist dann folgenderweise da haben wir ja hier haben wir das Handbuch ist natürlich etwas größer also es heißt man sollte die erste Zeit üben üben und hier steht dann auch drin unterstützte Überwachung Selbstüberwachung hier die Punkte was kann er was kann er nicht hier steht zum Beispiel auch drin die Beispiele was man machen kann überall und hier seht es also wenn sie das ganze Haus abdecken wollt dann langt natürlich nicht nur diese eine Kontaktsensor sondern wenn sie jedes Fenster machen wollt oder Tür im Haus dann müsst ihr natürlich dementsprechend die Sensoren noch nachkaufen aha ok man sollte die App installieren ich würde es aber erst machen wenn ich das alles angeschlossen habe ok und jedes einzelne Gerät hat hier einen QR Code den man einfach abscannt und dann erscheint das in der App das war jetzt mein Unboxing ich werde das wahrscheinlich aufteilen in installieren der App dann einmal ausprobieren die Kamera und einmal ausprobieren die Alarmanlage beziehungsweise dann mit der Kamera und wenn ich das jetzt mit dem Ethernet Kabel anschließt und nicht per WLAN müsste es einfacher gehen das war es jetzt von meiner Seite in dem Unboxing Video wir sehen uns dann in einem Produkt Test Video Tschüss eure Petra so ich es 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 Untertitelung des ZDF, 2020